Mein Boden für die Hohen! Befehl, vorwärts, Schwester! Wenn er unbedingt mit angreifen wollte, kommt er doch einmal her. Man läuft nicht die ganze Zeit auf der Stelle. Ich höre das, wie der Wind! Vorwärts! So, fertig! So, jetzt dürfen wir schon den Großer der Karte kontrollieren. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Arbeiter den Stein zurückgebracht haben. Mir nach! So, ich würde sagen wir können hier vorne bei dem Aria schon mal in Stellungen gehen. Und los! Oh, Zwischensifference! Unfähiges Pack! Mehr Leute auf die Welle! Lasst Feuer regnen, ihr Bastarde! Euch werde ich Beine machen! Bei den Schlünden von Bargagor! Dieser verfluchte Zauberer hat nichts von einem Runenkrieger gesagt! Aber damit wird ein Brennigan schon fertig! Immerhin habe ich noch euch, meine kleinen Schätzchen! Was steht hier noch darum? Los! Tötet den Runenknecht! Tötet sie alle! Das wird dein letzter Feldzug, Runensklave! Tötet sie alle! Oh je! Jetzt haben wir ja schon unsere erste Konfrontation mit unseren Erzfeinden, den Eisernen! Und diese Truppen sind wirklich äußerst stark! Da kommen sie nämlich schon angestürmt! Und in dem Fall handelt es sich sogar noch um zwei eiserne Diener, die beide Stufe 15 haben! Und das wird jetzt ein ziemlich größerer Kampf gegen die! Gott sei Dank haben wir unsere Windstützungen dabei, die sie einfrieren können! Das geht um sie zu ihm! Mit einem Schätzchen, den Schätzchen! Na, stehen Sie. Wenn es nicht kommt, wird hier etwas ankündigeseliere! Da sind alle noch ein bisschen was... Mit einem zweiten Spirken! Ich bin einer! Du bist nicht zum anderen! Ich bin einer! Aber weißt hier nichts! Naja! Ich bin einer! Hände zu mir! Das werde ich nicht! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Super, wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Aus Ab Itmer! Nein, wir sind in Gefahr! Sofort! Es sind zu viele! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wir nehmen sie an! Ja, wir sind da viele! Ich bin nicht mehr. So, jetzt brauchen wir erstmal dringend eine Eisenmine und die Schmelze passt auch noch genau daneben und danach Sollten wir jetzt erstmal dringend den Aria-Schrein setzen, weil wir schnellstens jede Menge Aria benötigen. So, gleich mal den Schrein und danach würde ich sagen, können wir unsere Nahrungsproduktion ausweiten mit einer Getreidefarm. Ja, unsere Rundenkraft schwindet, weil wir gerade so viele Arbeiter beschwören, aber wir müssen halt unser Lager schnellstens ausbauen, bevor uns der Feind noch mit seiner überlegenen Streitmacht überrollen tut. Herr der Ruhne? Ja? Wird sofort erledigt! Herr der Ruhne? Herr der Ruhne? Herr der Ruhne? Ja, jetztucke sie noch. Herr der Ruhne? Ja. Herr der Ruhne? 늦t mich gar nicht vor. Herr der Ruhne? иногда der Ruhne? Herr der Ruhne?! Herr der Ruhne? doch gar nicht vorzugreifend! Herr der Ruhne? Soll ich nicht mehr? Jeff, jetzt müssen wir damit sp Julian. Herr der Ruhne? Sie verstecken gerne cứ coisa menos метrovilla ist Wir sind unterwegs! Auf geht's! Auf geht's! Herr Derrone? Achtung! Ich bin schon auf dem Weg. Herr der Ruhne? Herr der Ruhne? Folgt mir! Auf meine Zeit! Ich bin schon in der Höhe von einem Pfeil. Ich bin schon in der Höhe von der Ruhne. Ich bin schon in der Höhe von einem Seine. Was ist denn da? Wir haben ihn nicht zu ewig, damit er sich die Arbeiter nach dem Haufen reinkommt. Du hast nämlich die Arbeiter geschlafen, wie bei dem Krieg der Seele. Kannst du mein Herr Ruhne? Sonst dauert uns noch nicht zu ewig. Kannst du ihn? Das ist das Griefge kontinuierlich. Wie sollte man, dass das Haus aus diesem Unternehmen geträubt wird? Ich versuche irgendwann nur noch einen Urteil auf dem Fenster. Das Gebäude wurde errichtet. So, das wars auch schon. Herr Berone? Herr Berone? Gehen wir es an! Schnell, für die Freiheit! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wird sofort erledigt! Schnell wie ein Pfeil! Sie kreisen uns ein! Unsere Truppen rücken erstmal weiter vor, während wir noch die Feuerwerfer zerstören. Das ist ein Hinterhalt! Das Gebäude wurde errichtet! Neue Fähigkeit verfügbar! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Diener der Nacht sind hier! Und los! Folgt mir! Diener der Nacht sind hier! Also hier regnet's wirklich Feuer! Feinde! Zu den Böden! Wir sind in Gefahr! Feinde! Zu den Böden! So, jetzt braucht man schnell noch die Schmieden auf. Ich brauche dringend diese Palladiene hier. Damit ich im Nahkampf immer etwas Schlagkräftiges zur Seite stehen habe. Ärmel hoch und los! Gut sofort erledigt! Wir brauchen gleich ein paar dieser Schmieden. Damit die Produktion auch... ...schnell von den Stadten geht. Ja, hier entferne ich mal von diesen scheiß Feuerwehrtürmen da oben. Bevor hier noch alle Einheiten draufgehen. Sie kreisen uns ein! Ja, Verzeihung. Sofort! So, das dürfte jetzt erstes des Lagers gewesen sein. Das dürfte jetzt erstes des Lagers gewesen sein. Vielen Dank.